Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar geht es um Stranger Things, die dritte Staffel, das Videospiel. Und ich sag gleich einmal, liebe Leute, wer das Spiel, oder wer die dritte Staffel noch nicht gesehen hat, unbedingt wegdrücken. Denn man wird hier gespoilert. Achtung, Spoiler-Alarm, Spoiler-Alarm. Die Mucke ist schon cool. Ist so nicht die Original-Mucke, aber kommt ziemlich ran. Man spielt hier die dritte Staffel. Und ja, wie gesagt, habt ihr die dritte Staffel noch nicht gesehen, dann bitte wegschalten. Wenn ihr, so wie ich, die dritte Staffel schon komplett durchgesüchtet habt, dann geht's los. Ich beginne mit zwei Figuren im Standardmodus. Schalte im Laufe der Geschichte weitere Figuren frei. Ich bitte um die Geschichte durchzuspielen und nicht so aufzustehen. Nein, ich nehme Standard, natürlich. Ganz haken, es gibt's. Oh, wow. Startet ein Apparat! Kamerad-Lutnant, fast geschafft, sind ja außen. Sie sehen unsere Fortschritte. Wir brauchen eine neue Zeit. Tod. Sie haben ein Jahr. Das sind die bösen Russen. Stranger Things The Game. Okay, wir starten. Ich hab das Spiel noch nicht gespielt, ich kenn mich Nüsse aus, das sage ich euch gleich. Ich werde jetzt alles mit euch lernen. Du kommst wieder zu spät. Lass mich raten. Du hast mit elf herumgeknutscht. Nicht wahr? Ah, gut. Da kann man sowas ausbilden. Cool. Sehr erwachsen. Geil, wir gehen. Wollen wir die Eröffnung nicht verpassen? Okay, wir haben welche Eröffnung. Cool. Ich spiel jetzt den Mic, oder was? Stichelein. Hieb. Ah. Kann man's anzuschlagen. Das ist schonmal cool. Kohle. Cool. Okay, okay. Was ist? Stichelein. Keine Energie. Bombe. Keine Energie. Okay. Ah, rot ist blocken. Grün ist herren. Okay. Steuerkreuz kann ich auch folgen. Bin gleich da. Bleib. Taschen. Uh. Okay, 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 okay. Jetzt kenn ich mich aus. Mit Steuerkreuz runter kann ich wechseln zwischen den Charakteren. Mit Steuerkreuz rechts sage ich mir folgen. Mit Steuerkreuz links sage ich dort bleiben, wo du bist. Das wird wahrscheinlich recht wichtig sein. Deswegen schauen wir uns hier um. Aber ich find's cool, dass wir gleich mal durchs Einkaufszentrum mit Baseballschläger rum waren. Der Lukas. Freundchen, die Schlange reicht bis zum nächsten... Bis zum Dienhaus. Bei diesem Tempo verpassen wir noch die Fügel. Was sollen wir tun? Warten geduldig oder lassen wir Feuer werden? Na, wir warten geduldig. Toller Plan. Einfallspinsel. Wir können auch einfach warten. Lass uns unten nach Steve schauen. Okay. Aber zuerst möchte ich jetzt mal alles kaputt machen. Ich bin ein kleiner Randale. Deswegen muss ich alles hinmachen. Star Chord Food Chord. Diese Musik ist ziemlich altmodisch. Könnte ich die Musik abspielen? Schade. Ich hab mir gedacht, da spielst du jetzt irgendwie der Clash. Was ist das? Oh, Geld. Wir haben keine Bresel mehr. Oh, ich hab noch Limo. Ah, okay. Da könnte ich jetzt Limo kaufen. Gibt die Gruppe 3 Energie. Dose neues Coke. Schließen. Okay. Ich kann mit dir noch reden, okay? Uh, Kohle. So, ich werde jetzt mal alles kaputt machen. Bevor ich da irgendwie irgendwo hin gehe. Und ich will all die Kohle haben. Ah, cool. Der kann auch drüber reinhauen, okay. Ah, das Auto. Das wird dann noch später eine wichtige Rolle spielen. Machen Sie mit und gewinnen Sie dieses Auto. Okay. Ich würde mal sagen, das passt. Gehen wir zum Ahoi Scoops. Plane und Hey, Dings. Kauf dir was oder nicht, ne? Yay! Steve! Lässt du uns in den Hinterraum auf die Korridore? Tut mir leid. Geht nicht. Was? Warum nicht? Was? Ich finde die Schlüssel zu dem Korridor nicht. Die baue ich für die Tür. Hilf mir und such mit. Meine Schlüssel müssen irgendwo sein. Okay. Ich will die Musik hören. Da muss jemand Winziges ran, okay. Ah, Lüftungsschacht soll das sein. Okay, ich kann mich schon ausgeben. Ich kann mich ausgeben. Lüftungsschacht ist... Yay! Okay, das war der Schlüssel. Hey Steve, ich hab den Schlüssel. Ich hab den Schlüssel. Hast du den Schlüssel? Natürlich. Bitte. Super, schließe die Tür auf. Nicht vergessen. Das ist unser kleines Geheimnis. Verstanden. Danke Steve. Los geht's. Okay. Der Aufzug befindet sich rechts. Warum ist es so dunkel hier drin? Der Strom ist aus. Der Aufzug geht nicht. Weitersuchung. Es muss doch einen Weg geben. Okay. Ich würde sagen, alles kaputt an. Funktioniert nur mit Strom. Okay, wir brauchen Strom. Ähm. Funktioniert nur mit Maulschlüsselkarte Level 1. Okay, da oben ist jemand. Herr Ruski. Dürfen wir Kinder hier sein? Äh, wir kommen nicht weg. Der Aufzug hat keinen Stopp. Viele der Schallkreide sind für die nächsten Stunden aus dem Betrieb. Stunden? Dann verpassen wir den Film. Äh. Helfen sie uns? Ja, aber nur wenn ihr erst etwas für mich macht. Lagerräume voller Raten. Kümmert euch um die Raten. Und dann gebe ich euch die Stüßel. Deal. Gut so. Sagt Bescheid, wenn alle Raten tot sind. Oh, Rags. Kommt ja eher Raten her. Da fahr ich alle nieder. Und alle Schachteln. Und alle Paletten. Und den Kühlschrank. Und die Mikrowelle. Und auch ein paar Raten. Aber hauptsächlich Kisten. Okay, was haben wir hier? Was haben wir hier? Scheint mit der rechten Tasten viel verbunden zu sein. Das können wir nicht öffnen. Ah, oh no. Oh, mehr Raten. Okay, okay, okay. Da. Brauchen wir einen Bolzenschneider. Okay, da kommen wir auch nicht durch. Gut, dann muss... Hier weiter gehen. Oh, Raten. Los Ratos. Ja, aber... Wiedenboden. Scheint mit den rechten Tasten viel verbunden zu sein. Das können wir nicht öffnen. Hm. Braucht man Hackerfähigkeit. Da brauchen wir einen Bolzenschneider. Gibt's doch nicht. Erstes Level und ich hinklo. Klingt die Krise. Okay. Nicht da lang. Okay. Wohin dann. Da ist noch ein Tier, okay. Okay, okay. Oh. Was ist das? Nägel. Der, der ein Messer aus dem Spin geklaut hat, wird dafür büßen. Betty. Tja, die arme Betty. Jetzt habe ich auch einen Lappen gefunden, okay. Habt ihr die Lappen getötet? Fertig. Ich brauche eine Dusche. Gute Arbeit. Hier ist der Schlüssel. Seid vorsichtig. Andere sind nicht so freundlich wie Ivan. Okay. Danke, Ivan. So, jetzt kommen wir da durch. Wechsel die Figur mit Steuerkreuz runter. Ah, okay. Moment, 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 Moment. Schau. So, jetzt soll ich wieder wechseln und jetzt sage ich ihm, bleib da. Geh ich da rüber. Du wieder wechseln. Hahaha, voll cool. Ah, das ist ein Ersthilfe-Kasten. Verwende, um deiner Gruppe mit LB zu heilen. Okay, LB ist heilen. Kommen wir aus. Strom an. Schotaro. Perfekt. Aufzug geht. Achso, nein, jetzt muss er wieder. So. Perfekt. Äh, drücken. Ah, okay. Ich sollte den Knopf auch drücken, aber egal. Obere Etage. Okay. Jawohl, alles kaputt. Scheint mit dem rechten Tastat durchfällt verbunden zu sein. Das kann... Oh no. Lass den Kerl durch, dann drücken wir den Knopf an der Wand. Okay, verstanden. Roger, roger. Verwende den rechten Stick, um die Kamera zu scrollen. Ah, okay. Mit dem rechten Stick kann man sich so ein bisschen umschauen. Oha. Ist drin. Schnell, schnell. Hehehe. Ergesperrt. Oh, Los Serratos. Ist ein Zettel. Willst du eine Hypothese überprüfen? Sieh dir die zwei größten Poster an. Wir müssen uns wohl gleichzeitig auf zwei Platten stellen. Äh, okay. Ah, die größten Poster. Wenn man sagen soll, bleibst dort, wo es bist. Wir müssen zu sein, dass wir den Strom wieder heimkriegen, um die Tür davon hinzukommen. Den Film verpassen wir nicht. Hier muss es noch mehr Schalter geben. Okay, okay, okay. Los Serratos. Ach, da ist der Schalter. Uh, da ist der Atme. Ach, Strom ist auf. Na, jetzt habe ich ihn wieder ausgestalten. Das rühre ich gar nicht. Ja, was kann ich denn da machen? Versorgt das Ding das Theater mit Strom? Okay, vielleicht. Keine Ahnung. Maybe. Don't know. Zack, wird alles ausprügelt. Nichts zum Finden. Kacke. Äh. Wollt ihr den jetzt kaputt schlagen? Oh, oh. Ha. Ich habe einen Russen kaputt geschlagen. Ist aber nicht nett. Geht zum Talon. Oh, oh. Das sieht Nikolaus. Oh, shit. Das schaut echt nicht gut aus. Los Serratos. Auch Geld. Ach, Titten. Raffen. Nehmen. Das ist gut. Aber hier fahre ich mich ein bisschen anders. Okay, okay. Was ist das? Gemahlener. Was? Gibt es eigentlich einen mit? Ah, da. Da gibt es einen mit. Was ist das? Gemahlener Kaffee. Gruppe. Quests. Karte. Basteln. Uh, man kann craften. Ist ja viel zu cool. Das ganze Blut da. Das ist... Puh. Vorsicht. Einer unserer Tomatensauce. Okay. Das ist kein Blut. Das ist Tomatensauce. Da wird wohl noch geputzt. Oh yeah. Da ist was ekliges drin. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Denn wir haben da den Schalter betätigt. Damit wir hier Richtung Kino endlich kommen. Oh no. Der Strom ist aus. Das ist ein Ausfalltrottel. Durch den Stromausfall hätten wir fast den Film verpasst. Was fangen wir mit den Rest des Stromaus an? Gehen wir zu mir nach Hause. Will wollte sich mit uns im Keller treffen. Okay. Kapitel 1. Susi. Hörst du euch? Das ist doch der Titel der ersten Folge. Okay. Ziemlich cool. Eigentlich. Der Wildtum brummt. Okay. Oh, da kann ich kraften. Okay, er kenne mich aus. Das ist sowas wie kraften Station. Wer hat die Musik wieder auslaufen lassen? Keine Ahnung. Hey, der Whale. Da seid ihr ja. Ich habe euch den Kino aus den Augen verloren. Wir wurden auf den Weg hinein aufgehalten. Was machen wir jetzt? Wir hören es mit Dungeons & Dragons. Nicht jetzt. Ich will nicht mit Elf hier auf ein Date. Ah, okay. Aber ich brauche Geld. Vielleicht hat Mrs. Wheeler was zu tun. Sie ist im Hawkins Freibad. Wir müssen Dustin willkommen heißen. Er kommt aus seinem Ferienlager zurück. Yay, Dustin. Team Dustin. Ich bin voll Team Dustin. Dann spielen wir Dungeons & Dragons, oder? Später will... Kommen wir jetzt zu Dustins Haus zur Party. Kurze Vorschau. Erfolg freigeschalten. Du hast jetzt mehrere Quests zu öffnen. Das Protokoll mit Select oder mit der Back-Taste. Verfolge den Fortschritt in der Registerkarte Quests. Sommerflirt. Rede mit Karen im Freibad. Mike's Mutter, Karen Wheeler, sucht nach uns. Wir finden uns hier auf der Straße in den Vororten bei Hawkins Freibad. Oder Radarliebe. Überrasche Dustin in seinem Haus. Dustin ist vom Camp Nowhere endlich wieder daheim. Wir sollten ihn überraschen. Na sicher, du musst ihn überraschen. Ich meine, hallo, Team Dustin. Freibad. Iiii, Gartenzwörg. Nööö, wir haben einen Gartenzwörg gefunden. Jemand den Hawkins sucht nach allen 50 von ihnen. Du siehst hier auf den Seiten Gegenstände in deinem Protokoll. Okay. Gegenstände. 51. Ich habe Nummer 1. Okay. Komme ich aus. Komme ich aus. Komme ich aus. Geht's ein Teil lang. Ah, da geht's nach oben ins Haus. Uh. Ist da eine Rente jetzt irgendwo die Nancy hier mal dumm? Oder? Na, wurscht. Wir gehen jetzt einmal sich im Keller weiter umschauen. Wo geht's da hin? Da geht's nach außen, okay? Öffnet die Garte mit Select. Das Rufzeichen markieren. Und die Rufzeichen markieren. Zeigen die Positionen. Oder das Ziel der aktuellen Quests an. Gut. Select. Äh, Cutte. Äh. Kann man da aussumen auch? Ich weiß ja nicht mal, wo ich bin. Ich meine, ich kenne die Serie, aber die Map kenne ich nicht. Da ist der Dustin, da müssen wir hin. Okay. Wo bin ich? Das ist das Einkaufs... Nein, das ist das Bad, glaube ich. Ah, hier sind wir. Wir müssen einfach nur über die Straße. Komme ich aus. Ah, es wird hier auch angezeigt. Okay, cool. Machen wir den Dustin gleich mal alle seine Pusche gut. Uh, da sind sie alle. Die Elfie. Hey Mike. Vielleicht Dustin willkommen zu heißen? Ja, klar. Legen wir los. Das war so cool in der Serie. Das ist nur ein Traum. Du träumst. Überraschung. Viel zu cool. Dustin saß. Überraschung. Willkommen zurück, Dustin. Danke Leute. Ich hatte Angst, dass ihr mich vergisst, während ich weg bin. Ich brauche aber eine Hilfe bei einem Gerät, das ich gebastelt habe. Während ich gewartet habe. Hilft mir ein Regensirm, Klebeband und Album. Alufolie zu besorgen. Sie müssen ihn irgendwo im Haus sein. Dustin stößt dazu. Du kannst zwischen deinen freispralkbaren Figuren wechseln, indem du RT oder LT drückst. So wird auch deine aktuelle Figur gegen eine neue getauscht. Okay. Das ist einfach. Jawohl, er hat seinen Spray. Es geht. Ups. Alufolie. Perfekt. Kühlschrank. Gibt's nix? Nein, nein, nein. Ah, da. Batterien? Nö, praktisch. Was ist das? Ein Lappen. Okay, leben. Ich wechsel zum Mike. Okay. So, mit Steuern kurz runterdurch wechseln, genau. Er hat ein Steinsteuer da. Okay. Auf jeden Fall korrekt, sowieso in der Serie. Was hab ich denn jetzt? Jetzt brauche ich noch ein Klebeband. Na, schauen wir, was ich weiterum. Was gibt's denn da? Das Spray ist cool. Seit wann kann man deine Tür abschließen? Seit meine Mom irgendwann wieder reinkam, als ich am Game-Projekt gearbeitet habe. Mach schnell die Tür auf. Okay, Dustin kann Türen und Truhen mit Tastenfeldern öffnen. Bediene also Dustin ein Tastenfeld und vervollständige die Tastenfolge, bevor die Zeit abgelaufen ist, okay? Tja, das ist aber cool. Klebeband. Super, wir haben alles gefunden, was ich brauche. Bringen wir es nach draußen zu meiner Werkbank und bauen die Antenne her. Okay. Die stehen dunkel, aber regend. Noch mal angehen? Du wirst von einer Raube gefreist. Ach, gekacke. Ich hab doch vermisst Bett. Okay, das wollte ich übrigens nicht. Das ist meine Schuld. Okay, okay, okay. Da zeigt der Pfeil hin. Ah, da. Okay. Das sind seine Werkbankes draußen. Das ist cool. Cerebroantenne, 0 von 1 im Besitz. Basteln. Cerebroantenne angefertigt. Okay. Erfolg freigeschalten. Gebasteltes. Was machen wir mit dem Schraut? Hey, das ist kein Sort. Sondern ein komplizierter Teil einer Überraschung, die auf euch erwartet. Ich habe den Rest auf der Wetterspitze aufgebaut. Wenn wir da sind und ich die Antenne anbringe, wäre es irre. Versprochen. Ich weiß schon, was kommt. Das ist die Weltkarte. Verwenden, um wichtige Orte in Hawkins aufzusuchen. Die Rufzeichenmarkierung zeigen den Ort deines aktuellen Questziels. Okay, wir gehen auf die Wetterspitze. Ja, sehr gut. Okay, okay, okay. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Die ganze Gruppe ist gleich beieinander. Leute, irgendwer hat Cerebroat emuliert. Jetzt kann ich meine Freundin nicht anrufen. Moment mal. Du wolltest uns das zeigen? Und deine Freundin anzurufen? Ja, so, das sollte eine Überraschung sein. Wir müssen die vielen Teile finden. Los, sind bestimmt irgendwo hier. Okay, 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 okay. Habe ich die andere jetzt auch freigeschalten, oder? Diese Fähigkeiten stören deinen Empfang. Überlass das mir. Ich kann es deine mit einer besonderen Fähigkeit zerstören. Jede Figur hat eine besondere Fähigkeit, die du im Kampf oder zur weiteren Erforschung von Hawkins benutzen kannst. Aktiviere deine besondere Fähigkeit mit X. Besonderer Fähigkeiten erfordern Energie. Die Energie kannst du aufladen, indem du blaue Kugeln sammelst oder Coke trinkst. Ah, blaue Kugeln. Okay, ähm, dann wechsel ich mal zum Nuckers. Und... In dritter am Eingang zur Wetterspitze ist ein Getränkkartemalz, falls wir mehr Energie brauchen, okay. Select dieses Protokoll öffnen und verwende seine Karte, um zu sehen, wohin du gehst. Aber ich will das jetzt... Wow, Gangster. Du hast deine Kug gefunden. Stell drei Energie für deine Gruppe mit RB wieder her, okay. Wow, 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 wer ist er? Okay, mir lieben kann ich einen anderen anscheinend stunnen. Jetzt habe ich nämlich unabsichtlich blau drückt. Gibt's da lang? Wow. Äh, da will ich jetzt mal nicht runtergehen. There ain't nobody that spice like us. Okay, von mir aus. Oh no, Messerwerfer. Mit zielsuchenden Messern. Was machen diese Typen hier? Auf der Wetterspitze. Keine Ahnung. Wir waren fast den ganzen Sommer in der StarCard-Mal. Oh sch... Okay. Oh sch... Und abolieren. Oh shit. Okay, das Schild muss ich noch ein bisserl besser einsetzen. Jetzt fangst wir hier natürlich an zum heftigen Schütten. Und ich sehe, wir sind schon fast bis 30 Minuten. Das heißt, ich werde mich da jetzt noch kurz umschauen. Boah, schon wieder solch eine Messerwerfer. Geh mal sehr. Was haben wir da? Müll. Erste Hilfe. Das sind nur zig Kasten... Äh, Kisten mit Kartoffeln. Ich mag Pommes, wie jeder. Aber das ist verrückt. Das sind nur Kisten mit Jeans und Zeitschriften. Wofür um alles in der Welt braucht man so viele Jeans? Thunfisch. Latten. Sorry. Okay, schaut nicht so aus. Als wenn hier ein Teil von Cerebro wäre. Ich habe mich da jetzt auch schon echt ein bisserl... Puh. Weit entfernt. Ich sollte vielleicht einfach mal da in die Hütten reinschauen. Aber ich kann ja jetzt auch da... in diese Richtung gehen. Oh no! Der ist voll Dynamite. Das geht ab. Ah, Feuer. Ah, ich brenne. Tumme Blume. Ich glaube, sie kommen ja nicht von hier. Es ist doch eine kleine Stadt. Okay, okay, okay. Ich brauche einen Dustin. Was ist das? Ah, Leute. Das ist einer der fehlenden Teile. Wir sind... Andro von Susie und Frittnähe. Und einen Schritt näher daran, nach Hause zu gehen. Suchen wir weiter. Yay. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich schon mal ein Teil kunden. Das ist schon mal echt cool. Das zeigt mich, ich bin am richtigen Weg. Äh, Dustin. Oh. Okay, so Distanzwaffen haben sie auch ganz schön drauf. Das nächste Teil. Sehr gut. Yay. Oh no, Ratte. Ah. Okay, jetzt haben wir mich schon wieder verdrückt. Aber weil das Ding kann so, wie es ausschaut. So ferngescheuerte Roboter los schicken. Mit LP kann ich mich heilen. Mit RB habe ich mal Coke rein. Okay, ich gehe mich aus. Ähm, ich muss jetzt wieder zum Look witzeln. Und jetzt wieder zum Metallrohr. Also nicht zum Metallrohr wechseln, aber zum, 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 zum Dustin. Geht schon. Ähm. Oh, das waren mehrere. Da hat es mich jetzt ein bisschen überrascht. Schauen wir uns jetzt aus auf der Karte. Wir haben jetzt fast alles untersucht. Hier gibt es noch ein, zwei Sachen. Ähm. Das schauen wir uns dann aber alles das nächste Mal an. Wenn es wieder heißt, Let's Play Stranger Things Episode 3 oder Season 3 Das Spiel. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen sich das nächste Mal. Bis dann. Ciao.